Hallo und herzlich willkommen bei Retrocamper. Ich bin heute auf dem Jahr nach Dicke und heute habe ich das Spiel Hustik Hustik Fantasy Kingdom. Viel Spaß! Und da sind wir schon. Okay. Erstmal würde ich sagen, bevor ich das ganze Geld abhebe, muss ich meine ganzen Sachen hier einlösen. Sonst hebe ich das Geld umsonst ab. Kostenlos. Ist der? Schon voll. Gradulation. Okay, die sind ausgebildet. Da ist ein Baby. Zack. Da ist das Baby geboren. Mit der Frau kann man keine Babys gerade machen. Mutterschaftsurlaub. Und... Schicken wir die auch noch da hin. Zack. Für wieviel Leute ist Platz? Ich glaube für zwei. Ja. Also für zwei Paare. Nicht für zwei Leute. Und dann werde ich mal gucken, was ich hier noch schönes bauen kann. Eine Belohnung. Das ist sowieso voll. Hm... Hier war das Bauern. Markt. Drei Stunden. Drei Stunden. Vier Stunden. Öffnen. Öffnen. Sonstiges. Habe ich noch hier was zum Entfernen? 5 Minuten. Gut. Aber erstmal was. Ah ja. Gut. Dann fange ich erstmal mit PvP an. Die Reise ist vorbei. Dann fange ich mal wieder eine Belohnung ab. 38. Sperren. Wieviel habe ich denn? Ich habe 52. Ah, dann müsste ich es schaffen. Normalerweise. gott. Exeter Gegner. Der wird schwierig. 10000 nicht stärker. Er hat auch schon Verteidigung. Gut, hab ich doch noch geschaffen. Nächster Gegner. Nee. Nächster Gegner. Okay, dann nehmen wir den nochmal mit. Perfekt. Nächster Gegner. Oh. Ich bin nur 4000 stärker als er. Schade. Schade. Da muss ich jetzt einmal kurz was bauen, basteln. Ne, nicht waffen. Hier. Für besser. Da muss ich Level 6 sein. Auch doof, ja. Aber kann das Gebäude schon bauen? Aber Gegenstände verbessern? Besser Level 6? Ne, jetzt gehts. Ach. Ich hab dafür besser getrunken. Entschuldigung. Das könnte ich machen. Ich hab für mir noch 5 Kristalle für. Das probiere ich mal aus. Das probiere ich mal aus. Jetzt. Okay, der kann. Hier, da. Was für Wind ist denn da? Was für Wind ist denn da? Gleich noch mal gucken. Oh. 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 Also der ist für den auch zuständig und für Verteidigung. Verteidigung. Den hier. Dann machen wir mal kurz weiter mit dem PvP. Karte. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Jungen ist noch selbstständig. Mike? Den wollen wir jetzt mal kaputt hier. Den Mike. Das ist das. Nö. 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 Gegen den hab ich schon verloren. Oh. Nö. 83.000. 61.000. 64.000. Nö. Es sind vier Stück, die ich nicht besiegen kann. Beider. Entfernen. Nö. 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 Sudden. Nö. Nannö. An. Sah mal kurz wird an die Verbesserungen werden. Der Keller, auch 5 Stunden, die Klarnhalle, auch 5 Stunden, ob es falsch ist, äh da, ach das wird erst noch länger dauern. 8 Stunden, na dann, die sind hier fleißiger machen und dann tun, ich kann noch 4 Babys süchten, sag ich jetzt mal, süchten, das hört sich gut an, oder produzieren, ne, Babys produzieren. Ach ja, hm, ich schick mal einen da rein, zum Ausbilden, oder beide. Pool, mal nach, um, entfernen, alle Räume entfernen. Okay, dann brauchen wir nochmal schnell unsere Burg auf. Also, wir kommen rein. Und wir kommen sofort rein in... Kämpfer, Ausbildung, Keller, Speise, Waffen, Schatzkammer, Tresor... Ich sag, wir kommen direkt rein in der Kaserne. Die ist aber groß. Danach kommt der Flur, wir müssen natürlich hier die ganzen Treppe machen. Nach hinten rechts geht es dann weiter zum Kämpfer, Ausbildung. Ich würde sagen, die Speisekammer ist da drüber. Dann ist natürlich, warte mal, habe ich die Küche zum Lernen. Küche und den Keller. Wo die Vorräte drin sind. Ist zwar nicht im Keller, aber egal. Dann machen wir... Dann machen wir... Was ist das da? Eine Clanhalle. Oder hier, machen wir... Schatzmeister... Waffen... Waffen... drauf hin... Kleiner... Lager... Produziert... Mana... Ah, hier Krankenhaus... Da hin... Waffen... Tresor... Teil... Schatzkammer... Teil... 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 Plager-Mana... Ne, warte, da kommt erst noch... dass du das auch lernen kannst, habe ich das so gar nicht, warte mal, warte mal, warte zauber auf, zauber, warte zauber auf, meiner lager, lagert meiner, machen wir erst mal hin, können wir gleich noch ändern, hauptsache, der burg, kommt dahin, dann kommt die Clanbot dahin, die Trophäenhaltung dahin, fertig, zauber, zauber fertigen, und das, da passt er auf ihn nicht, schlecht geplant von mir, nochmal alles verräumen, machen wir uns jetzt ein bisschen anders, und zwar, wir fangen an, man kommt rein, und betritt sofort, die Haupthalle, den Hauptsaal der Burg, machen wir so, ok, die Küche bleibt da, dann kommt daneben, ja, dann kommt da der Keller rein, Speisesaal dort rein, und kommt da die Kaseinhaler, Kämpferausbildung, Krankenhaus, produziert Mana, Mana Lager, produziert Gold, bildet Schatzmeister aus. Fertig, sauber, wettet sauber auf, Clanhalle, Trophäenhalle, oh, warte mal. Ah, das passt da nicht mehr rein. Fertig, sauber, wettet sauber auf. Verteidigung. Egal, das war hier alles so viel rein. So, fertig. Speichern. Hm, ich bin nicht zufrieden damit. Ach, speichern. Ich hab's nicht gespeichert. Nein. Umsonst gefehlt. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich sage nochmal. Hm, ich geh nochmal kurz in den Briefkasten rein. Briefkasten, zwölf Stück. Schauen, was wir überhaupt hin können. Ähm, ja, okay, das kann man machen. Das auch. Das nicht. Kann man. Und den auch nicht. Neuigkeiten. Okay. Ja. Dann will ich gleich nochmal bauen. Egal. Ende mal das Spiel. Das steht. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wer der nächste Mal dabei seid. Und bis dann, wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Bis dann.